Aber da 30 Minuten eine sehr kleine Einheit sind, denke ich, fangen wir jetzt an. Und ich habe die große Freude, Sie alle jetzt hier zu begrüßen zu unserem heutigen Lern-Digital-Impuls des Kompetenzverbund Lernen Digital. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Kallenbach. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Potsdam im Kompetenzverbund Lernen Digital. Das ist ein Verbund von über 200 Projekten, die sich über alle Fächer und Schulformen hinweg mit der Neugestaltung von digitalem Lehren und Lernen befassen und dafür Fortbildungsmodule für Lehrkräfte entwickeln. Ich bin für die Vernetzung der Projekte im Sprachenbereich zuständig und um eines dieser Projekte geht es heute. Und zwar um das Projekt mit dem vielversprechend klingenden Namen KISS Pro. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Für alle, die heute das erste Mal bei unserem Lern-Digital-Impuls dabei sind, mit diesem Veranstaltungsformat verfolgen wir zwei Ziele. Einerseits wollen wir Input von ExpertInnen aus Schulpraxis und Wissenschaft reinholen. Und andererseits möchten wir Ihnen natürlich auch Impulse mitgeben, wie digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden können. Vielleicht noch zwei kurze Hinweise technischer Art vorab. Wir zeichnen diese Veranstaltung auf. Sollten Sie also nicht mit Ihrem Klarnamen sichtbar sein wollen, dann wäre es gut. Sie gehen entweder noch einmal ganz kurz raus, loggen sich mit einem neuen Namen wieder ein oder nutzen die Änderungsfunktion hier und schreiben sich mit einem anderen unauffälligen Namen ein. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie Fragen haben an unseren Experten oder dazu generell zu diesem Thema, um das es hier heute geht. Das können Sie entweder im Chat tun, auch schon während des Vortrages oder gerne hinterher dafür die Handzeichenfunktion hier in Zoom nutzen, die Ihnen sicherlich nach all den Jahren allen einigermaßen vertraut ist. Gut, dann würde ich sagen, wir starten jetzt ohne viel weitere Vorrede in unser Thema. Und der Vorschlag ist, dass wir das jetzt in einer Weise tun, wo Sie einen ganz kleinen Moment aktiv werden. Und zwar habe ich jetzt hier in den Chat etwas gepostet, nämlich einen kleinen Link zu Mentimeter samt einem Code. Und die Frage an Sie ist, was ist für Sie heute in einem Wort KI? Was sind Ihre Assoziationen ganz spontan dazu in one word AI for you today? Hier sind zwei Einträge schon. Das ermutigt vielleicht alle anderen auch, sich mit einem kleinen Wort zu beteiligen an dieser Wolke. Eine Arbeitserleichterung, das ist ganz interessant. Dafür wird uns vielleicht Felix auch gleich eine Antwort geben. Das werden wir dann sehen. Unendliche Möglichkeiten, ein Versprechen. Chat-GPT ist schon fast ein Synonym im Moment für KI, stimmt? Verrückt. Unheimlich. Sie dürfen da gerne noch ein bisschen weiterschreiben. Ich lasse das im Hintergrund nochmal auch auf. Und wir holen diese Wolke vielleicht am Ende des Vortrags auch nochmal rein. Aber hier und da, denke ich, haben wir vielleicht jetzt schon mal ein ganz gutes Sprungbrett in den Vortrag, um den es jetzt gleich geht. Danke für Ihre Beiträge hier. Ich nehme jetzt mal die Bildschirfreigabe wieder raus. Und will noch ganz kurz unseren heutigen Referenten, unseren Experten vorstellen und begrüßen. Herzlich willkommen, Felix Reuth. Felix ist akademischer Mitarbeiter, ebenfalls hier an der Uni Potsdam, in dem schon erwähnten Projektverbund KIS Pro. Es ist ein Kompetenzverbund, da sind viele Fächer versammelt, Sprachen, Gesellschaft und Wirtschaft. Und dort ist dieses Projekt auch angesiedelt. Hier geht es um Professionalisierungskonzepte und Nutzungsperspektiven von KI-basiertem Lernen. Es geht um Feedback-Systeme, Schreibagenten, aber auf jeden Fall immer auch um das sprachliche Lernen im Unterricht in der Schule. Also Felix, wir freuen uns auf deinen Impuls KI-Feedback im Englisch-Unterricht. So, vielen Dank für die einleitenden Worte. So, Sie müssen jetzt alle meine Präsentation sehen. Und dann würde ich auch beginnen. 15 Minuten sind ja nicht viel Zeit, aber wir haben danach ja noch Zeit, ein paar Fragen zu stellen und uns darüber zu unterhalten. Ich muss gleich zu Beginn mich kurz abgrenzen und sagen, dass ich mich heute hier mit Large Language Model generiertem Feedback, oder mich auf Large Language Model generiertes Feedback konzentriere. Also Systeme, die so ähnlich funktionieren oder funktionieren wie ChatGPT. So, genau, was habe ich Ihnen heute in der Kürze mitgebracht? Und zwar möchte ich Ihnen einmal kurz eine Zukunftsvision präsentieren und Ihnen dann zeigen, was denn schon heute funktioniert und was vielleicht noch nicht funktioniert. Genau, jede Lehrkraft, die seit Release von ChatGPT im November 2023 das schon mal ausprobiert hat, hat bestimmt sofort gedacht, okay, wie kann ich das an der Schule nutzen? Und eine Möglichkeit, die sich ja vielen in den Sinn kam, war eben für Feedback. Denn Feedback ist eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit. Das ist das, womit viele Lehrkräfte ihre Abende füllen oder ihre Ferien. Und da unterstützt zu werden, wäre natürlich eine ungemeine Entlastung für viele Lehrkräfte. Doch wenn man das dann das erste Mal so ausprobiert hat, in den frühen Zeiten von ChatGPT, dann hat man schnell gemerkt, okay, so einfach ist das gar nicht. Da vielleicht mal so einen Beispieltext und Mustertext reinzuschreiben und dann nur in den Prompt zu sagen, bewerte mir das Essay oder das Summary oder so weiter. Genau. Aber wie könnte das in Zukunft aussehen? Und zwar habe ich Ihnen da zwei Sachen mitgebracht. Man könnte, und das ist jetzt so der Schrei des letzten Monats vielleicht, und zwar kann man mit sogenannten LMMs, sogenannten Large Multimodal Models, wie dem neuen von OpenAI, GPT-4O, wunderbar digitalisieren. Auf meiner nächsten Folie habe ich Ihnen da mal ein Beispiel mitgebracht, von meiner furchtbaren Handschrift, die Sie aus meinem Notizbuch, die Sie auf der linken Seite sehen. und rechts wurde das wunderbar erkannt. Und das geht schon inzwischen mit der freien Version von ChatGPT. Natürlich kommen da Bedenken vom Datenschutz und so weiter auf einen zu, aber das soll nur mal, also es gibt da auch eine Möglichkeit, wie man das umgehen kann, aber das soll nur mal zeigen, dass das schon heute mit diesen Modellen und schnell möglich ist und diesen Text digitalisiert, das ist passiert innerhalb von zwei Sekunden. Und wie könnte nun diese Zukunftsvision aussehen, beziehungsweise was ist so die Vision, auf die das alles so hinsteuert? Es soll dahin gehen quasi, dass Sie eine Arbeit digitalisieren, sei es über ein Foto oder einen Scan und das dann blitzschnell quasi in einen Text umgewandelt wird und das dann halt am besten schon direkt, ohne dass Sie was weiteres drücken müssen, in einen Bewertungsraster von einem Large Language Model ausgefüllt wird. Genau, also das heißt, Sie würden also quasi diesem Large Language Model einen Bewertungsraster zugrunde legen und sagen, bewerte mir dieses Essay oder diese Übung anhand dieses Bewertungsrasters. Und das geht heute schon. Wie gut das funktioniert, das werden wir uns nachher anschauen. Genau, diese Idee oder diese Vision ist natürlich gedacht mit nach dem Prinzip Human in the Loop. Das heißt, alles KI-Generierte soll immer auch, bevor es quasi rausgegeben wird, soll ein Mensch darauf schauen. Das birgt natürlich auch viele Gefahren, wenn wir irgendwann mal in ein, zwei, drei Jahren so ein System einführen oder testen. Einmal, dass man sich komplett verlässt auf die Maschine und zum anderen sind, wenn das mit sogenannten Large Language Models gemacht wird, hat es auch die Schwierigkeit, dass diese Systeme Blackboxen sind. Das heißt, wir können nicht nachvollziehen, wieso sie zu einem Ergebnis kommen. Außerdem gibt es auch aus der Forschung erste Hinweise darauf, dass diese Large Language Model, wenn die Content bewerten oder evaluieren, dass sie KI-generierten Content, also dem Menschen generierten Content vorziehen. Also den bewerten sie insgesamt besser, was natürlich das Schummeln oder das Generieren von Schülerarbeiten, ja, was das Schummeln dann sehr attraktiv macht, wenn man das weiß. Genau. So. Kommen wir zum nächsten Punkt auf meiner Liste heute. Wie gut funktioniert das schon heute? Wenn man in die Forschung schaut, dann gibt es schon einige Hinweise und Belege darüber, dass Large Language Modelle gut Feedback geben können. Und auch im Vergleich zu menschlichen Bewertern kommen diese Large Language Model auf eine Übereinstimmung von je nach Studie von so 65 bis 85 Prozent. Ja, da habe ich Ihnen hier mal ein Zitat aus einem Paper von letztem Jahr, die eben geschaut haben, ob GPT-4, eins der besten Modelle von OpenAI, ein verantwortungsvoller und vertrauenswürdiger Bewerter ist. Und die kommen eben zu dem Schluss, dass es das schon kann. Kann. Ja. So. Ja. Und jetzt habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, wo ich das selbst mal probiert habe. Oh, beziehungsweise davor sage ich Ihnen erstmal kurz, was es momentan so gibt auf meinem Horizont. Das ist einmal Feedback-AI, die sind momentan noch in der Beta, da kann man sich kostenlos anmelden und hat dann so ein paar Freiversuche. Genau, die bieten quasi eine Feedback-AI an. Phobis bietet einen Korrektur-Arrestenten an. Und dann gibt es natürlich die reinen Large Language Model wie GPT-4 oder 4.0 von OpenAI, aber auch Open-Source-Modelle wie Lama 3 von Meta. Und diese Open-Source-Modelle sind deswegen interessant, weil man die sich runterladen kann und auf seinem Rechner laufen lassen kann, wenn man einen starken Rechner hat. Und das wäre natürlich dann in Sachen Datenschutz sehr begrüßenswert, weil dann keine Daten quasi rausgehen würden ins Internet, sondern alles lokal auf dem eigenen Rechner verarbeitet oder dem Schulserver verarbeitet wird. Gut, jetzt habe ich Ihnen eine Aufgabe mitgebracht. Für eine neunte Klasse ist das. Und zwar ein Mediation-Task. Es soll eine E-Mail geschrieben werden über die Ereignisse und Events in Ludwigsburg. Und rechts sehen Sie den Erwartungshorizont dafür. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann habe ich jetzt aus diesem Text und diesem Erwartungshorizont einen Prompt zusammengeschmissen, auf Grundlage von einigen Prompt-Engineering-Tipps und so weiter, habe ich versucht, einen Prompt zusammenzustellen, den besonders strukturiert und habe dann meine studentische Hilfskraft gebeten, mir diese Aufgabe mal zu erfüllen, und zwar in verschiedenen Anforderungen, also in verschiedenen Niveaus. Wir hatten einmal quasi eine Musterlösung, einmal so ein Dreierniveau, wo wir sehr viele Rechtschreibfehler eingebaut haben, aber ansonsten Struktur und Inhalt war gut. Und dann hatten wir noch ein sehr, sehr schlechtes Beispiel, wo auf fast nichts geachtet worden ist. Keine Anrede, kein Fließtext, Stichpunkte, also eine sehr schlechte Leistung. Und wie die verschiedenen Modelle das bewertet haben, zeige ich Ihnen jetzt einfach mal. Das ist die Bewertung des Muster-Tags, einmal links von ChatGPT, der bewertet das mit einer Note von 12 Punkten, 12 von 15 Punkten. Rechts haben wir Lama 3, die Open-Source-Variante, die bewertet das mit 11 Punkten. Was schön zu sehen ist hier auf der rechten Seite, das ist auch bei ChatGPT auch passiert, das ist bloß ausgeschnitten, damit es auf die Folie passt, ist das quasi so eine kurze, also es wurde sich an dieses Bewertungsraster, was ich initial gezeigt habe, gehalten. Und die AI ging die Zeilen lang und hat auch immer geschrieben, ob sie das positiv bewertet, negativ bewertet und dann auch immer, fast immer mit einer kleinen Begründung. Wie das bei ChatGPT dann aussieht, kann ich Ihnen auch mal schnell zeigen. Ich glaube, das müssten Sie sehen. Genau, da sieht es dann so aus. Genau, also hier wird dann auch, der gibt nicht diese Plus und Minus, aber der gibt immer zu jedem einzelnen Punkt des Bewertungsrasters, eine kurze Bewertung. So sieht das Ganze dann bei Feater AI aus. Und was wir schon, also genau, da sind dann die einzelnen Zeilen des Bewertungsrasters sind bei Feater AI in einzelne Feedbackkriterien unterteilt. Die kann man dann auch gewichten. Genau, und was wir jetzt schon, was wir sehen, ist, dass die Musterlösung bei allen, hier einmal mit 12, mit 11 und auch bei Fiete, wenn man hier die Fülle dieser Grafen, dieser Grafen der Linie als Note nimmt, kommt das alles so auf eine 2 raus. Gut, schauen wir uns mal an, wie das bei dem mittleren Beispiel, bei dem Dreierbeispiel aussieht. Da gibt ChatGPT eine Bewertung von 14 von 15 Punkten. Obwohl das voller Rechtschreibfehler ist, gibt es eine sehr, sehr gute Note. Und Lama 3 gibt auch nur, gibt wieder, aber auch besser, 12 Punkte. Bei Fiete ist das etwas konsistenter. Da nehmen die Grafen fast alle ab, vor allem quasi der erste stark gewichtete und der letzte. Das macht auch Sinn, weil bei diesem letzten ging es um die Sportaktivitäten in Ludwigsburg und die wurden bei diesem Mediation Task in der Aufgabe überhaupt gar nicht erfüllt oder erwähnt. Genau. Ja, und dann das allerschlechteste Beispiel wird von ChatGPT wieder mit 11 und 15 Punkten bewertet und bei Lama 3 aber wenigstens mit 7. Aber da muss man dazu wissen, dass dieses Beispiel, das ist absolut kein Fließtext. Also das sind wirklich nur zusammenhangslose Wörter zusammengewürfelt. in Stichpunkten keine ausgeschriebenen Sätze und so weiter. Und trotzdem fällt die Bewertung gut aus. Und das ist erschreckend. Oder was heißt erschreckend? Das ist erstaunlich, dass die Modelle so bewerten. Schauen wir aber jetzt mal auf Fiete. Dann stellen wir fest, okay, das ist schon schlecht, das ist schlechter, das ist wenigstens in sich kohärent. Ja, was lässt das nun für Schlussfolgerungen zu? Oder beziehungsweise wo stehen wir? So, wenn man einfach so ein allgemein trainiertes Large Language Model nimmt und damit versucht, Texte zu bewerten und da ist es egal, ob man eins der besten mit GPT-4 benutzt oder ein Open-Source-Modell, sind die Ergebnisse nicht wirklich toll. Manchmal erwischt man es eben, erwischt man es sehr gut, da denkt man, okay, wow, das ist echt spot on und manchmal ist es eben so von wegen, ja, okay, es hat es überhaupt nicht getroffen. Genau, das ist auch so das Problem, was da so mitschwimmt. Weil in diesem Large Language Model, und ich glaube, das haben diese Beispiele ein wenig verdeutlicht, ist noch viel Zufall mit eingewoben. Den kann man, wenn man sich sehr, sehr viel Mühe gibt, mit noch einem sehr viel besseren Prompt, mit sehr viel feiner, strukturierten Aufgaben und Bewertungskriterien, kann man das verbessern und kann man sicherlich auch auf diese, wie in diesem wissenschaftlichen Artikel, 65 bis 85 Prozent über Einstimmung kommen. Aber das erfordert, wie gesagt, sehr viel Arbeit und funktioniert nicht mal eben so. Ja, also mein Rat wäre da, wenn Sie momentan beim aktuellen Stand der Technik so etwas benutzen wollten, schauen Sie bei Phobis und Fiete rein oder sorgen Sie dafür, dass das, was Sie mit solchen Modellen anfangen und das, was Sie mit solchen Modellen umsetzen wollen, sehr einfach und allgemein gehalten ist. Ich habe für einen anderen Vortrag mal einen Custom GPT gebaut, der nennt sich der Simple Path Trainer und der kann auf Aufgaben, die das Simple Path betreffen, wirklich zu 99,9 Prozent die richtigen Antworten geben. Aber das liegt eben daran, dass die Aufgaben sehr allgemein und sehr einfach gehalten sind. Das heißt, je komplexer die Aufgabe, desto unpräziser und unzuverlässiger werden diese Systeme. Das ist so gesehen der aktuelle Stand, wo wir gerade sind. Aber die Zukunft ist nicht irgendwie grau und vergebens, sondern wir werden sicher dahin kommen, dass diese Systeme sehr zuverlässig sind. Und zwar wird das dann auf eine Kombination aus verschiedensten normalen Netzwerken und Machine Learning Algorithmen zurückgreifen und eben nicht nur quasi auf ein reines Large Language Models basiertes System, wie Sie das heute an zwei Beispielen gesehen haben. Gut. Dann wäre das mein kurzer Input zu KI-Feedback im Englischunterricht. Danke erst mal bis hierher, Felix. Auch danke, dass du das wirklich so klar und deutlich aus den Systemen erstens rausgeholt hast, sehr anschaulich gemacht hast und gleichzeitig aber auch sehr, ja, erst mal eine kritische Bewertung des Status Quo vorgenommen hast. Und KI ist jetzt nicht hier automatisch die Wunderwaffe, sondern, ja, es hat Potenzial, das hast du deutlich gemacht, aber da ist auch noch vieles, was entwickelt werden muss. und ich gebe jetzt gerne mal die Bühne frei für alle, die hier sind, vielleicht für Fragen, Anmerkungen, die Sie zu dem Thema haben oder auch zu dem, was wir hier gerade vorgestellt bekommen haben. Fabian Schäfer, gerne. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Ich kann auch noch versuchen, gleich die Kamera dazu zu holen. Gerne. Erst mal auch vielen Dank von meiner Seite für den guten Überblick zum aktuellen Stand. Ja, das deckt sich auch so ein bisschen mit meinen Erfahrungen beziehungsweise wie ich die Modelle kennengelernt habe und einschätze. Es sind eben im Moment so allgemeine Sprachsimulationen, die bei logischen Aufgaben oder Struktur nichts taugen. Aber ich weiß nicht, ob Sie Erfahrungen gesammelt haben, Textmodelle vielleicht mal reinzugeben. Ich würde an der Stelle interessieren, wenn man dem Large Language Model verschiedene Musterlösungen vorgibt, mit einer Bewertung. Die Modelle sind ja darauf gebaut, sage ich mal, Muster, sprachliche Muster zu erkennen, ob das das Ergebnis irgendwie beeinflussen kann oder gibt es dazu? Also ja, das auf jeden Fall, das meinte ich mit, wenn man sich sehr viel Zeit nimmt und in das Prompt Engineering einsteigt, kann man da auf jeden Fall sehr viel mehr rausholen. Das, was Sie erwähnt haben, das bezieht sich auf Chain of Thought mit Future Prompts, das ist eben genau dieses System. Wie bitte? Ich glaube, das war eine technische Panne vielleicht. ja, genau. Bei mir ist eben kurz die Netzwerkverbindung scheinbar weggebrochen. Ich weiß nicht, wie weit meine Frage durchgekommen ist. ist alles durchgekommen. Doch, ich war jetzt noch mal auf jeden Fall da. Ja, genau. Das, was Sie sagen, bezieht sich auf Chain of Thoughts mit Future Prompts. Das ist ein System vom Prompt Engineering, was man anwenden kann und das ist auch nachgewiesen, dass das sehr viel bessere Leistung schafft. Genau, das erfordert halt einen sehr komplexen Prompt, den man sicherlich bauen könnte und da sind wir auch dran, das zu untersuchen, aber wir forschen noch. Ich hole jetzt mal schnell noch eine weitere Frage oder Anmerkung rein von Sarah. Ja, hallo Felix. Auch ein Dankeschön von mir für den Vortrag. Ich versuche das auch bei meinen Klassenarbeiten und Klausuren irgendwie zu verwenden. Feedback, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt der Fokus gerade bei dir beim inhaltlichen Bereich gewesen. Denn mein Eindruck ist, dass die Large Language Models schon bei Sprache ganz, also eigentlich gut sind. Also wenn ich denen sage, korrigiere den Text nach, weiß ich nicht, Spelling, Grammar, Tenses, was auch immer, das können die ja schon verdammt gut und das wäre ein Traum, wenn ich jetzt hier vor meinen Abiturklausuren sitze und die nur den Sprachteil schon mal vorkorrigieren könnten und ich dann das Inhaltliche selbst dann durchdringen kann. Aber wenn diese Erstkorrektur, diese lästige Erstkorrektur, wo es wirklich not a very smart person bedarf, auch Spelling und Grammar durchzujagen, das wäre doch schon eine feine Sache und sehe ich das richtig, dass deine Anfragen bisher sich auf den inhaltlichen Bereich fokussierten? Style und Content, ja, genau. Weil, sagen wir, Rechtschreibung und Grammatik, das ist ja was, was prinzipiell schon eine ganze Weile geht. Also, sei es nun ein Grammarly oder eine Word-Korrekturhilfe, die sind ja auch schon unglaublich weit. den Vorteil, den jetzt natürlich so ein Large-Language-Model hat, ist, dass das dann das vielleicht gleich alles annotiert und rausschreibt und so weiter. Das Problem ist nur auch da, dass er nicht immer alles trifft und in meinen Tests war das dann so, ja, okay, er findet manche Fehler, er findet aber nicht alle und wenn ich es dann wieder anfrage und die Anfrage zurückschreibe, sind dann wirklich nicht noch mehr Fehler drin und weil ich ihm weiß, dass Fehler drin sind, dann kommt er auch mit dem Rest raus, aber, ja, das ist ja nicht zufriedenstellend. Aber Stand jetzt wäre es doch ziemlich lästig für mich als Lehrerin erst A, die KI zu bewerten und dann zu gucken, ist das, was die KI jetzt vorschlägt, tatsächlich im Text vorgekommen, das wäre ja eine Doppelarbeit jetzt Stand jetzt. Eben, deswegen, es ist ja noch, da ist ja noch keine Arbeitsentlastung entstanden, deswegen muss das eben erst so gut werden, dass es wirklich alles trifft. Danke. Danke auch für diese Frage und die Anmerkung. Ich habe noch mal im Chat kurz das Bild gepostet, das wir am Anfang erzeugt haben, wo in der Mitte das große Wort Arbeitserleichterung stand oder Hilfsinstanz. Also wir haben da auf jeden Fall noch einen gewissen Weg vor uns, aber ich finde auch diese Unterscheidung noch mal gut zwischen dem sprachlichen Bereich und dem, was Felix genannt hat, zwischen Content und Structure oder Style, weil das eben wirklich noch mal ganz unterschiedliche Bereiche sind, die auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen, denke ich, führen. Also, ich könnte kurz noch das große Wort in der Mitte, Arbeitserleichterung, kommentieren. Also ich denke auf jeden Fall, dass wir dahin kommen und dass wir auch in kürzerer Zeit, in einem kurzeren Zeithorizont, sagen wir, ein bis zwei, bis drei Jahre dahin kommen, dass wir solche Systeme haben. wenn man sich allein den Sprung von GPT 3.5 auf GPT 4 vom letzten Jahr anguckt, das ist gewaltig. Und wenn das so weitergeht, wenn sich das in dieser Geschwindigkeit entwickelt, kommen wir auch in einem von kürzeren Zeithorizont wirklich dahin, dass das eine Arbeitserleichterung sein könnte, vor allem in Kombination mit noch weiteren Machine Learning Algorithmen. Vielleicht halten wir einfach fest, dass wir uns in einem Jahr wieder treffen, um dann mal wieder so ein bisschen Stock-Taking zu betreiben und zu schauen, wo wir dann sind. Weil leider ist ja auch diese halbe Stunde und also ein Impuls ist immer ein kurzes freundiges Ereignis, aber diese halbe Stunde ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen allen ganz herzlich für Ihre Teilnahme, auch für Ihre Beiträge, ganz besonders natürlich bei Felix. Danke, dass du das hier für uns aufbereitet hast. Sie dürfen natürlich auch gerne im Nachgang entweder jetzt hier im Chat noch oder auch über unsere Website Lernen.digital oder über die Website hier unseres Partners Forum Bildung Digitalisierung jederzeit uns kontaktieren, Wünsche hinterlassen, auch für Themen, Feedback und so weiter. Wenn Ihnen diese Veranstaltung heute gefallen hat, würde ich Ihnen gerne noch die nächsten zwei Veranstaltungen dieser Art ans Herz legen. Am 25. Juni gibt es einen Impuls zum Thema Virtual Reality im Geografieunterricht und am 27. Juni ein etwas größeres Format, ein sogenannter Community Call unter dem Titel Digital Souverän. Wie können SchülerInnen für eine digitale Lebens- und Arbeitswelt befähigt werden? Alles weitere an Details finden Sie auf der Website und wir freuen uns, wenn wir Sie dazu wieder begrüßen dürfen. Vielen Dank für heute, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen.